Noch mal ein letztes mal willkommen zu Quokamile. Wie versprochen werde ich euch jetzt das andere Ende zeigen, was man eben bekommt, wenn man nicht alle Masken sammelt. Zu einem. Ja, hier wird sich halt nicht wie er lebendig. Jetzt werden wir sehen, wie sein Leben verläuft ohne sie. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, meine Freunde, das war's. Wir haben gesehen, im schlechteren Ende muss er natürlich sein Leben alleine leben. Hat auch seine lustigen Wendauern, aber trauert natürlich um sie. Und ja, im Tode sind sie wieder vereint. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Andy, bis zum nächsten LP.